Wir sind ein Lohnunternehmen zur Ausbringung von Wirtschaftsdüngern aus Ancaster, Lincolnshire. Jedes Jahr bringen wir auf rund 20.000 Hektar Klärschlamm aus, liefern und verteilen Kompost und bringen als Lohnunternehmen Wirtschaftsdünger aller Art aus. Nachdem wir in dieser Saison mit dem 7R gearbeitet haben, haben uns einige Vorzüge wirklich begeistert. Zum einen die Technologie, zu wissen, wo sich die Traktoren befinden, der Kraftstoffverbrauch, die mit den Maschinen ausgebrachten Mengen und die für die Arbeit benötigte Zeit. Der Komfort des 7R spielt für uns eine sehr wichtige Rolle und das Feedback der Saisonarbeiter war großartig. Ob Kabinengröße oder Sitzkomfort, Massagesitze, beheizte Sitze an einem kalten Morgen oder die überaus praktische Integration der Streuer in den Command Pro Joystick und der Isobus Technologie in die Bildschirme der Traktoren. Die Vorteile des 7R für unser Unternehmen zeigen sich aber vor allem in den erzielten Kraftstoffeinsparungen. So haben wir gegenüber dem Vorjahr rund 20 bis 30 Prozent weniger Kraftstoff verbraucht. Das heißt, wir benötigen für Transport und Feldarbeit etwa 28 bis 30 Liter pro Stunde. Bei einer Demo des 7R mit der neuen reaktiven Lenkung gefiel uns besonders, dass sich der Traktor auf der Straße deutlich stabiler und leichtgängiger lenken lässt. Eine bessere Stabilität auf der Straße finde ich wirklich praktisch und auf dem Feld bleiben die Räder beim Ausbringen wunderbar gerade. Das Wenden am Vorgewende geht deutlich leichter und in den Ecken wie auch am Vorgewende läuft die Lenkung merklich sanfter. Die neuen größeren Lenkzylinder überzeugten, als wir schwerere Frontgewichte genutzt haben. Die Lenkung war deutlich leichtgängiger und einfacher zu handhaben. Vom Abbiegen an Kreuzungen bis hin zum Wenden am Vorgewende bei langsameren Geschwindigkeiten. Auch die Ersatzteilversorgung durch den Vertriebspartner ist für uns als Unternehmen, das knapp 50.000 Quadratkilometer abdeckt, sehr wichtig. Der 7R ließ uns in dieser Saison nicht im Stich. Bei einem kleinen Problem genügte ein kurzer Anruf bei unserem John-Deal-Vertriebspartner Farrell, der dann aus der Ferne einen Sensordefekt diagnostizierte und uns den Sensor vorbeibrachte, sodass wir innerhalb weniger Stunden weiterarbeiten konnten. Allein aufgrund seiner Leistung in dieser Saison können wir den 7R nur empfehlen. Für uns war er eine wunderbare Unterstützung.